Das ist eine falsche Tafel. Nein, ich fühle mich ziemlich komfort hier. Das fühlt sich zu Hause zu mir. Jetzt mal abgesehen davon, dass die einfach viel zu groß sind. Vielleicht muss man die so anders tragen. Alright, ich werde dir zu lassen. Okay. Oh, yes. Oh, yes. Was viele noch nicht wussten. Ja. Sorry. Was viele noch nicht wussten. Meine aggressive Sage wird in der Pro-Szene gelobt. Kannst du mir zwei gefallen tun, Lukas? Weiß ich nicht. Einmal Pro-Szene und einmal Lob definieren. Pro-Szene definiert man absichtlich nicht. Das ist ein sehr weit gefasster Begriff. Ich möchte da auch niemanden jetzt spezifisch outcallen. Einfach niemanden in die Bedrängnis bringen, dass derjenige diese Aussage gebracht hätte. Auf dem Level sind die immer alles ein bisschen eigen. Und Lob hieß eigentlich einfach nur, dass sie gesagt haben, das ist besonders und einzigartig. Also hast du mit Leuten gespielt, die einen Rang über dir sind und sich nicht über deine offensive Sage beschwert haben. Nein, 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 nein. Wir reden hier über professionelle Einschätzung. Weihringe über die? Ihr habt alle keine Ahnung, was euch erwartet. Ich glaube, ich habe gerade schon die erste Grim Wall rausgefunden. Oh, ich bin ja so gut. Aber bringt halt nichts. Aber du stehst da jetzt auf B. Machst du schon. Oh, da sehe ich viele Leute auf A anwesend. Aber die sind einfach alle gestorben. Da gehe ich doch tiefer rein gerne. Das ist traurig. Auf B. Ich habe gelogen übrigens. Letzte Spieler standen. Ein Anwesend. Ja genau. Ja, so powerful. Okay, ich demonstriere jetzt meine aggressive Sage Wall. Wieder die auf B? Die gleiche? Nein, nein, nein. Das war keine aggressive Wall. Diesmal kommt eine aggressive Wall. Voll die Idee, Alex. Wir kommen beide Marshal. Let's force them. Wir legen die jetzt übel. Okay. Wir treffen beide nicht, oder? Ja genau. Ich glaube, ich habe getroffen. Oh nein. Das ist langweilig hier. Da sind noch zwei auch klar. Okay. Meine aggressive Wall funktioniert natürlich nicht, wenn niemand da ist, dem man aggressiv weg wollen kann. Yo, zack yo. Yo, was ist das? Das war ein fantastischer Fall, man. Das war ein fantastischer Fall, man. Welcher? Das? 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 Pretty easy. Pretty easy. Oh, er hat auch keine Ahnung, was abgeht. Ah, verdammt. Spike. Moment. Ach so, ich soll auf B, wa? Gerade keine aggressive Wall. Gerade eher so eine blöde. Sollte mich wundern, wenn die jetzt nicht zäh kommen. Okay. 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 Letzter lang. Black Player standing. Warum spiele ich das nicht gut? Wow. Das ist nicht schlimm. So, wenn wir ihn in Sekunde nochmal anfaken. Große Lisse. Große Lisse. Okay. Es wird Zeit für die aggressive Wand. Oh. Oh. Ah. Wenn ich Aim hätte, dann wäre die aggressive Wall wieder einmal großartig gewesen. Das wird ein mieser A-Push. Mit O-Saf. Was spielen wir jetzt hier? Das hier spielen wir. Nein. Oh mein Gott. Ich klonke sie einfach. Oh mein. Hätte der No-Scope gehittet, ne? Das wäre ein Reddit-Play gewesen. Was ist das für ein Crosshair? Bei dem kriege ich Kopfschmerz. Spike planted. Sealing Sankt. Oh. Oh. Sichtbar genommen. HP auch. Ich kann noch nicht über die O-Scope gehen. Es ist zu süß. Warum ist es so süß? Die Aule ist nicht cute. Welche Aule? Die Aule. Ja, seine Drohne. Ja. Das ist überhaupt zu, Mann. Das ist eine Drohne oder? Ich habe gerade gesagt, das ist eine Drohne. Ist das eine Eule oder eine Drohne? Das ist eine Drohnenäule. Das ist eine Drohnenäule. Das ist eine Drohnenäule. Du respektierst Jet gar nicht. Okay. Das wird mir ja stinken, Alter. Oh, da ist noch einer. Oh, da ist noch eine. Oh, da ist noch eine. Oh, da ist noch eine. Oh, fuck. Ui. Okay. Ja, klar. Doch, ergibt Sinn. Boah. Okay. Aggressive Wand. Aggressive Wand. Alex. Hm? Ich glaube, die kommen jetzt nicht mehr auf C. Meinst du? Die beiden Mali, die es probiert haben, wurden die absolut zerklatscht. Mann. Ich wollte gerade C drücken, um mir zuzugucken, weil C einfach, einfach Optifine-Minecraft-Zoom ist. Ich komplett los. Das ist eine Jet. A ist nichts. Was soll das? Ich habe mir die aggressive Wand gestellt. Plant B. Die planten B schon. Cool. Halb durch die Türs. Hätte ich heulen können. Ops. Nice. Okay, was war das? Was? Das? Ja, was denn? Das? Mangi, du sprichst in Rätseln. Na, das halt. Held. Pass auf. Aggressive Wand wieder. Once again? Ja. Oh, die aggressive Sage Wand. Sie ist es einfach. Da, hier. Wer spielt denn den Spot noch? Oh. Oh. Kill, Leute. Habt ihr beide auf den Sticker geschossen? Alter, da habe ich mich ein bisschen erschrocken, ne? Ich bin ja auch. Besseres Aim, als wenn ich normal spiele. So, ausgeschlafen. Vielleicht sollten wir ein E-Sport Team gründen und nennen das dann einfach nur Sleepless. Klingt, das klingt edgy. Ja, das klingt actually edgy. Das ist mega edgy. Denken, spielst du oben. Also, du bist sowieso schon edgy. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich den Namen nicht mag. Zwei Leute, bitte. Die haben mies Bock auf uns. Ich habe mich mies gefickt. Okay, keiner hat gemacht von dem Joro, bin ich ehrlich. Warum konnten die, wer auch immer das hier gemacht hat, eigentlich nicht richtig die Kabel verlegen, die hier sind? Das ist echt schlimm, ne? Und diese sind da so Dinger drüber, dass man mit dem Fahrrad drüber fahren kann, aber hier sind keine Fahrräder. Ja, oder einfach zum Laufen, damit man nicht stolz hat. Ne, das ist für Fahrräder. Also, eigentlich sind die ja für Autos. Die sind für Fahrräder. Die sind für Autos. Für Rollstuhlfahrer? Mhm, Crash. Skateboards. Für Skateboards. Und wenn ein Skateboarder nicht einfach einen Kickflip drüber machen? Ah! Aber ich habe ihm eine Herzrück gegeben. Mit? Eine Classic? Oder eine... Ja, mit einer Classic. Ich glaube, die gehen aber auch. Steiner. Die gehen B übrigens. Macht er? Die drei waren schon frech, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe den Jett nur getötet, weil ich ihr Colette gegeben habe auf den vorherigen Schuss. Aggressive Sagewall. Ich habe den Jett nur getötet, weil ich ihr Colette gegeben habe auf den vorherigen Schuss. Ich habe den Jett nur auf die Schuss. Deine防ger, den Jett nur auf für Schuss. Ich habe den Jett nur auf die Schuss. Ich bin ein Fisch. Ich bin ein Aggressive Sage. Ja, aber du hast Halt. Aber ich bin ein Aggressive Sage. Verna. durchsetzungsvermögen 0 ja ich hole dir aber mit seekraft ist wie ein funktionierendes team ist krass war wenn ich nicht rolle bin ich kein funktionierendes team okay so i'm an aggressive sage so and we love that aggressive you changed your mind quickly and i will wall aggressively so you won't wall ct or garage you will want to kill cool stemmen wir jetzt alle anderen finden es auch so ist eine gute idee sick schütten Sie mit uns er war ein aggressiver hero ja das ist mein größter counter aggressiver hero counters aggressiver sage ja ich habe nichts über das nein nichts haha ich habe es einfach mit dem schratt runter mit dem schratt ja ich habe das 90 schrattel ich habe das 90 und ich mache es hart ich gehe ab um nicht es ist das ein problem nicht Reina da, 360, das war... das war super, Bro. Haha, das ist so, wie ich beide Gehörnungen geschehen habe. Hahaha, wer ist nächstes Mal? Wie hat der... ach... Ich hab ihn hier, ich hab ihn hier, ich hab ihn hier. Misspawn. Headshot hit. Oh, mein Herz hat alles ausgegangen, warum denn jetzt? Ich hör das Spiel nicht mehr, ihr müsst mir jetzt sagen, wo die Gegner sind. Wow, Matcher. KJ-Siebring. Könnt ihr mir bitte... hallo, könnt ihr mir bitte sagen, wo die Gegner sind? Ich weiß nicht, wo die Gegner sind. Ja. Was soll die Scheiße? Weird, just running at them. Wieso habt ihr mit keine Calls gemacht? Jetzt kann ich endlich. No. Perfekt. Ja, das hab ich ja nicht gehört, das war ja in-game. Ne, das war ja in-game, das hab ich ja nicht gehört. Ey, ich seh mein... ich seh mein Sakura Classic Skin nicht. No, you don't, you ain't showing up. Ja, zeig mal ob ich den sehe. Nur hat gewonnen? Hier liegt er, auf dem Boden. Yeah, you won't blind as motherfucker. Ja, seemingly, alle anderen seh ich. LOL, warte. Ich will die auch nicht. In dieser KURA Collection ist glitched, das kannst du in all caps und YouTube-titel schreiben, dann ist das ein super Video. Wieso hilft mir hier niemand das kaputt zu schießen? Ja, sie ist cheapy. Was hältst du, dass das alles ist? Was hältst du, dass das alles ist? Was hältst du, dass das alles ist? Ich bin tot, der Typ. Ja, du hast das. Nein, du hast das. Ich musste nur... Du hattest einen wirklich soliden Stahl da. Except für das ganze Dying-Thing. Ja, das Stahl war nicht groß. Ja, das Stahl war nicht groß. Ja. Das ist vom Unterhaltungswert sind Normals deutlich besser. Ja. True. Wieso sitzt sie einfach random hoch? Wieso weiß sie das? Ja, das ist ein Gift für YouTuber. Ich habe die aggressive Sage-Wall gemacht und sie hat einfach nicht funktioniert. Sage? Wo ist Sage? Warum heilt Sage nicht? Heaven? Oh ja, definitiv. Das ist Heaven. Achso. Du bist aggressiver Sage-Wall. Oh ja. Oh ja. Oh ja, das ist sehr gut für mich. Danke. Jetzt kann ich den Aggressiver-Wall. All pro-Player kann er nicht mehr zu tun. Ich will ihn einfach mal machen. Ich werde jetzt mit Joro gehen. In Aggression-Therapy gehen. Ja, ja. Ja. Ich werde noch mit Joro gehen. Ja, ja. Ich werde mich mit Joro gehen. Ja. Ich werde mich für Aggression-Therapy gehen. Mit Joro. Okay. So, wir müssen uns in... Geh weg jetzt. Ja, nein, wir sterben. Oh, das ist ja. Ich bin einfach nur ein Kommen. Ich denke, das ist cool. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Yo, do we, do we push? Yes or no? Ja, mit dem, mit dem. Yes, no. Yes or no? No, yes, no? Oh, yes, yes, no. Yes or no, yes, no? Ich bin ziemlich sicher, ich bin dran. Yes, no. Du solltest, ich bin dran. Ich bin safe. Oh, no. Also... Na schon. Das ist ja, ja. Das ist ja, ja nicht. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nein, ich kann nur zwei sind. Du musst ja, ja, ja. Nein, du kannst ja jetzt auch wehren. Wir müssen ja hier Wehren gehen. Ja, wir können ja auch Wehren gehen gehen und dann an Nein. Wir müssen ja und stairwellen gehen gehen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Warum hast du ja schon nicht gekleidet? Ich bin nicht gleich talked cruel, wenn ich trage. So, du bist ja nie zu sprechen. Oh. Ich hab ihn gebetet, ich hab ihn gebetet, ich hab ihn gebetet. Fuckin' hell. Murdered him right on the spot. You need to have to kill him, man. A ist leer. Sage und Raynor, was du auch? Wie krass ist der Entwurf? No, Omen hast du. I felt like that was a good TP. Aber es war wirklich nicht. Ja, ja, ja. Und jetzt hast du ihn gebetet. Ja, außer dass er ein kleine Plotter ist. Pass auf. Montage Clay. Was eine schreckliche Blank. Aha. Jetzt wechsel auf Vandal. 3 Kills mit 3 Waffen. Ja, 19 Sekunden ist schwierig. Sehr schön. Ich hab ihn gebetet. Oh nein. Oh nein, wo ist er jetzt? Vandal ist weg. Kommt mal Luna eigentlich nochmal wieder. Ne, das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen hab. Hör auch nie wieder auf. Hör auch nie wieder auf. Hör auch nie wieder auf zu streamen. Der Maluna Arc in Twitch.de ist abgeschlossen. Ja. Maluna geht dahin, wo die ganzen Eltern von Anime Hauptcharakteren landen. Auf ne lange Geschäftsreise. Yes. Oh Gott, das sind viele. Ja, hast du die Steps nicht gehört? All alone again. Oh, ne Marsha? Ne. 30 Sekunden left. Okay. Er ist zu gut. Okay, ich glaub ich wall nicht aggressiv genug, deswegen gewinnen wir nicht. Äh, mein Twitch Prime ist dein. Ähm, wir haben beide eine Sache, ja. Du ist, hast einen geilen Namen und ich hab noch nicht geschlafen. Ne. Ach so. Holy fuck, hab ich das verwirrt. Ich kreiere un... 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 Unbekannte Angeln. Grey Nights. Hier wird mich niemals jemand erwarten. Aber ich bin auch scheiße. Okay. Oh mein Gott, Alex. Aber... Oh, stopp, 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 stopp. Ja, das war der gute Mühle Runde Valorant. Meine aggressive Sage. Auf jeden Fall tendenziell Tier 1 Material. Ja. Ja. Doch. Doch. Doch.